er würde war gehabt mein Name ist Eric N.G. Muscle wir sind wieder bei Metzplay Adventure Map mit eigentliches Leben und natürlich jetzt mit Minecraft Musik hier am Start die mir dann sowas zu laut wird ich hab schon mal den Perkussel abgemacht, wie viel das ist hier auch weil das Spiel dann zwar wieder über eine halbe Stunde hab ich das dafür gebraucht für die ganz Rohstoffe und das wollte ich euch halt nicht ganz halt vorzeigen und so, weil das ist ein Schatz außerhalb angekotzt dann auch, sorry wenn es euch gefallen hat, aber ich hab's lieb zu euch gemacht sehen wir mal, hab ich keinen Platz mehr ich hab, wohl das mal gespielt, alleine halt mit einer Person namens Derdarki bei Derdarki Wartefuck ich bin oh ich bin ich bin noch post ex ok geht's bei immer viel zu viel 2 wenn ich die truppen händen und bei uns noch schon erwachsen schöne bündchen immer vor müssen 1 deckt davon her holen darum die septic verkaufen wir mal noch nicht wir können es noch wertvoll werden eine lbs-la-zuli was weg muss und wir fangen schon mal an mit den beförderungen da haben wir noch kohle das bringt uns eh nix raum kommen wir mal ganz unten dann kommen aber was lustig das stimmt auch wenn er mein mit dem maus wird tut mir sehr leid und tut mir so lieb stunden um alles nicht ob die sie kommen wird zwischen schluss das wird also noch sehen ob es sich also holz erfüllt immer immer ans holz vornehmen ja und ich habe keine notrat weil wegen baum bei wege musik wo es sie ist kann man warum wurden durchbrüttelte die leckerte nicht nur kündigt sonst jetzt können wir lange dauern darum für eine lange 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 Folge 1 denn ich fühle mich lange Staffel 2 jetzt das erzeugen hat vorbeischend bei der letzten zwei Wochen in der in der Urlaub fahrer ein Fliege hier ist nur Mord ein Wurz hier nur als sie blieben die Wiesig die 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 noch kommen schon egal was drauf so kommen wir ganz mit zeppeln 5 gut für uns auch heute an vielen nur gott man konzentriert kunden wird also die jungen mal gucken hier die mani noch hier der bietet man dort ab am stadt können wir gucken wie viel ob sie jeden bringt uns wenn ob sie geht europa und bringen dann mal zehn das gibt es nicht ok und wir holen uns mal die eisen dinge 1 2 3 4 1 2 und damit mit an der an der rallye teilen oder keine nachricht von kratto kotz luki machen okay ok es ist noch nicht noch Zeit 1 18 und nicht mehr schnell nachricht ok läuft bei die installatung wer soll das zeug verlieren was du los können wir noch irgendwas kaufen haste vier ich will gern hat hier das ist ein typ wo man kaufen kann erfahrungsfest die generation night vision wir sind hier liegen bieter musste ok wenn wir mal post action mit kommen 1 3 flaschen night vision 2 die generation nur zwei instante hier zwar und natürlich den speed die antwort probiert von dem skit zu nehmen Ich glaube es reicht nicht, oder? Nein. Und jetzt beginnen wir uns zu der Holzfäller-Stunde. Ersthaft? Holzfäller-Stunde. Hier geht es darum, die meisten Bäume zu fällen. Wenn alle Bäume gefällt sind, ist Schluss. Alle Bäume bringen Punkte. Zum Schluss wird jeder Holzblock gezählt. Man darf die Säplink nicht benutzen. Man darf von anderen nichts glauben. Nichts, dass ich alleine bin. Okay. Wenn ich so das... Mal gucken, wie das heute sind. Mal gucken. Oh, das sind viele Bäume. Ich glaube, Leute, das dauert. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen was hier. So ein paar Stacks. Darum ist das für uns nicht mehr Farming. Ich glaube, ich habe noch 15 Minuten folgt, weil ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen die Rechnung von Bislang hoch zu brauchen, aber es ist ja egal. Ich glaube, ich habe noch 15 Minuten folgt. Ich habe natürlich auch mit Herz und mit Liebe gemacht. Oh, ich glaube, ich habe noch ein bisschen die Rechnung von Bislang hoch zu machen. weil es für uns ist es übel gut weil wir haben den easiesten vorteil von allen weil wir können uns dann aus den holz schon wieder zurückkaufen was wir brauchen könnten da ist ja schon mal hammergeil wir brauchen holz für zum weiterkommen also wir machen vor zwei drei stecken und ein paar bis märz und soll wegen dem ein wort laut gerade von natürlich angepasst bei einem platz klein als zu bleiben in kraft oder eine mannschaft gameplay irgendwie ist ein letztes nicht mehr besonders weil wird da macht jeder mensch auf der welt eines plänen von der einwohner so ist lange weil ich noch wieder auf euch an spaß haben freunden wie flugmast oder publik oder armbl oder packi oder selber monster usp und so weiter natürlich vor dem ford bastian nur freiner schnauze zu spiel und so und wenn es halt gut sind dann bohr es halt auf darum ist aber scheiß drauf nicht so wie andere leute wie die ist dies nur um sie klicks gehen mir ist scheiß egal wie viele kipps und es kann auch dislike sein aber scheiß drauf ist ein neues spiel oh mein gott Prozent Prozent seit lindens die kippen und was wir können verkaufen äh ich habe schon die okay aus der Ex-Amburte wird natürlich noch die die lüge sind die ambo spätsel geholt der axel weil sich doch ob 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 wohl lösen ist ich will es dunkel mit zum ersten nachkommen das ist Tüchter holt jetzt durch die Timber Mott aber Schwanzflüge im Haus und Paul weil er mit dem Kollegen nicht gemacht komplette Welt bei den Sofort zu facken so an lassen und die Kindspaß die Lüge sieht auch ich werde das gameplay wenn ihr bock habt dass ich bei diesem netzplay auch musik hier noch immer schreibt in die kommentare weil musik habe ich genug am start joe das muss ich halt auch wissen weil sonst weil ich finde einfach ohne muss halt wenn ihr keine musik mal mache ich keine musik rein ja was kann man noch so ein sprecher an thema ja bald wird noch ein kleines infovideo wenn er schon draußen ist weil ich nehme vorruf doch nur wo wie sagt denn bei von weitem zu verhindern und hatten urlaub zu bekommen und mit den stand zwei wochen nicht aktive ich nur mit händen ganz bock und auch von der schlägen ich gehe mal ich bin angepasst das ist mehr farming hier kommt ihr zum schluss zählt bitte eure ganzen dinger hierauf kinder erfahrung wie viel holz wer von euch hat den gewonnen hier bitte jetzt nur eure items raus habt ihr nur verdient habt ich habe gewonnen falls wir jemanden da nicht mitgemacht 1 das form mehr als ich nicht das ist es auch aus dem reichen immer gucken was ich bitte hier hat und prägen und prägen die 3 die 2 2 es bringt uns bei uns die nächste ich wollte das ja versuchen meine so wir brauchen hier money und ein bisschen holz am start und zwei wolle dass ich hier keine wolle am start aber ich mache natürlich wieder mal zauber zauber das heißt ich mache mir ein ich brauche schon ein ofen ein ofen und macht man aus der schere ich hätte nicht dass ich eine schere machen darf darum dann nicht dass ich mir keine machen darf darum das müssen wir mit den scheinen flugger master für leute flugger flugger weil jetzt manchmal eine schere ich brauche noch ich brauche noch eine neue truppe darum so wo Leni Ich werde dich total hauen Ui ich habe dich gehauen Oh und ist schon wieder die Folge vorbei Und ich sage es nur noch Viscantaro kommt zu Ero Und bis zur nächsten Folge uns wieder heißt Let's Adventure M-A-L Mitreiches Leben Und tschüss